Radio Raufas Heute einen Tipp, wie man sich bei den hohen Temperaturen am besten abkühlen kann. Einfach eine Plastikflasche halb mit Wasser füllen und einfrieren. Dann, wenn das Wasser gefroren ist, die Flasche herausnehmen und mit einem beliebigen Getränk auffüllen. So hat man ein gekühltes Getränk und der Inhalt bleibt den ganzen Tag gekühlt. Stefanie Stiegler für Radio Raufas